Und ich glaube auch fest, wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir glücklich und in Frieden leben wollen. Wie du alles vergeben kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Was ich jetzt sage, klingt sehr unglaubwürdig. Du kannst alles vergeben. Wirklich alles. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich sage dir, wir sollten alles vergeben. Das ist unfassbar wichtig für uns. Ich werde in diesem Video erklären, warum du alles vergeben solltest und wie du das schaffen kannst. Selbst bei den allerschlimmsten Dingen, die dir jemand angetan hat. Und hierfür gilt, du solltest alles vergeben. Ich zeige dir, wie du das machen kannst. Ich sage natürlich nicht, dass es einfach ist. Vergeben ist nicht einfach. Das haben wir alle schon erlebt. Und wir alle kennen Menschen, die Kränkungen Jahrzehnte mit sich herumtragen. Wie so ein Riesenpaket, die unter diesen schlimmen Kränkungen leiden. Vielleicht kennst du das selbst. Irgendjemand hat dich verletzt. Und nach vielen Jahren kommt eine richtige Wurt in dir hoch, wenn du daran denkst. Du musst nur kurz daran denken und bang, bist du in einem ganz anderen State voller Blut. Weißt du, eine Krankheit kann chronisch werden. Und in meinen Augen ist Hass eine Krankheit. Und auch Hass kann chronisch werden. Da wird eben aus Wut Hass. Das heißt, er setzt sich so richtig in dir fest. Wann entsteht dieser Hass? Wenn uns ein Mensch so sehr vernetzt hat, dass wir ihm einfach nicht mehr verzeihen wollen. Achtung, ich sage nicht, dass wir ihm nicht mehr verzeihen können, sondern wir wollen es nicht. Und in diesem Moment wird unsere Wut zu Hass zu chronischem Hass. Warum sollten wir vergeben? Lass uns einmal darüber nachdenken, wem wir schaden, wenn wir jemanden hassen. Dem anderen? Er nicht. Oftmals bekommt der andere das nämlich gar nicht mit, dass wir ihn hassen. Oder dass wir ihm zumindest nicht vergeben können. Aber jedes Mal, wenn wir eine negative Emotion verspüren, schütten wir in unserem Kopf einen Chemie-Cocktail aus. Das passiert automatisch und ist vollkommen unbewusst. Und wenn du eine Wut in deinem Bauch spürst, dann kannst du Sekunden später in deinem Blut diese giftigen Stoffe messen. Stoffe, die dein Gehirn ausgeschüttet hat, beziehungsweise die Befehle dazu gegeben hat. Es ist wirklich so. Wut und Hass verändern deinen Körper. Du kannst das messen. Und anhaltende Wut, tiefsitzender Hass machen dich auf Dauer krank. Nicht verarbeitete Enttäuschungen richten sich also meist gegen uns selbst. Wenn wir wütend sind, wenn wir hassen, dann raubt uns das unser Glück und unseren Frieden. Viele Ärzte sagen, die Hauptursache für psychosomatische Krankheiten sind nicht verarbeitete Enttäuschungen. Eben weil wir ständig krankmachende Stoffe in unser System ausschütten, wenn wir bestimmte Dinge nicht verarbeitet haben. Wut und Hass blockieren unsere Energie. Wir haben dann einfach nicht mehr genug Energie für die wirklich wichtigen, schönen Dinge im Leben. Die Lösung ist, wir sollten Hass und Wut schnell wieder ziehen lassen. Aber wie kann uns das gelingen? Es gibt nur einen Weg dazu, in dem wir vergeben. Und hier gibt es ganz arge Missverständnisse. Viele Menschen denken nämlich, vergeben ist ungefähr so etwas. Das ist es nicht, was ich jetzt schildere. Ich müsste dann in meinem Herz plötzlich den anderen mögen können, obwohl ich ihn eigentlich hasse. Nach dieser Definition ist vergeben tatsächlich für die meisten Menschen unmöglich. Und wenn ich gerade über jemanden eine heilige Wut verspüre, werde ich ihn ja nicht plötzlich liebhaben. Das heißt dann, die Messlatte zu hoch zu setzen. Und das ist auch nicht das, was vergeben meiner Meinung nach ausmacht. Überlegen wir zunächst einmal, was das Wort vergeben ist. Das ist ein Verb, ein Tu-Wort. Es ist also nicht irgendetwas, was ich fühle. Ich fühle, wenn ich plötzlich liebe, sondern ich tue etwas. Es ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich tue etwas und tun kann ich etwas. Vergeben hat also erstmal nichts damit zu tun, dass ich plötzlich ganz anders über diesen Menschen fühle, sondern es hat sehr viel damit zu tun, dass ich etwas Bestimmtes tue. Ich vergebe. Ich lebe Vergebung. Ich schenke Vergebung. Deswegen steckt da Geben drin. Gebe Vergebung. Wenn wir das tun, dann müssen wir gar nicht mehr von uns erwarten, dass wir den Schuft plötzlich gerne haben, zumindest nicht im ersten Schritt. Und energetisch bedeutet Vergeben, also zunächst einmal, wir tun etwas, was unsere Energie wieder fließen lässt. Wir schenken Vergebung und dadurch fließt wieder unsere Energie. Sprechen wir kurz über Energie fließen lassen. Leben kann nur so lange existieren, wie Energie fließt. Irgendwas fließt uns dann zu und dann fließt es irgendwie wieder ab. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir trinken, wir essen etwas, wir verwerten das und den Rest scheiden wir aus. Wir bekommen ein Geschenk und wir geben einem anderen Menschen etwas. Wir verdienen Geld und wir geben Geld aus. Wir schenken anderen etwas. Was ich sagen will, wenn wir nicht vergeben, dann halten wir fest. Und es ist keine gute Sache, wenn wir fest haben, wenn es uns mit Mut und mit Hass so sehr erfüllt, dass wir nicht mehr loslassen können. Vergeben gehört zum Fluss des Lebens dazu. Aber was sollen wir machen, wenn uns jemand wirklich so arg verletzt hat, dass wir die Wut einfach nicht mehr losbärten? Ich habe es schon angedeutet. Wir machen uns bewusst, dass Vergeben kein Gefühl ist. Wir können die Wut und den Hass vielleicht nicht sofort auflösen, aber wir können dem anderen etwas geben. Was ich dir jetzt vorschlage, ist sicherlich einfach, aber es ist möglich. Du kannst nämlich dem anderen im Stillen das Beste wünschen. Ich sage dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte meinen Opa sehr, sehr lieb. Und als er gestorben ist, war ich tief traurig. Und ich hatte von meinem Opa eine Abschrift seines Testaments. Das war für mich total heilig. Sein letzter Wille. Von meinem Opa der letzte Wille. Mein Onkel hat dann das Testament gefälscht, um sich selber zu bereichern. Das war für mich so eine unfassbare Sauerei. Dass ich mit meinem Onkel nie mehr habe sprechen wollen. Der hat sich übrigens auch nicht dafür entschuldigt. Der hat meine Mutter um ihr Erbe betrogen. Man hat sich selbst bereichert. Und gleichzeitig hat er anderen ständig gute Ratschläge gegeben, wie sie bessere Menschen werden können. Der war nämlich ein Mann der Kirche. Und ich habe versucht, meinen Onkel zu überzeugen, hey, was du da machst, das ist nicht nur böse, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Der hat mich nur ausgelacht. Ich sei ja noch ein Kind. Und ich hätte ja gar keine Ahnung. Und meine Mutter, die wollte gegen ihre eigene Verwandtschaft nicht klagen. Und so ist mein Onkel dann mit der Sache durchgekommen. Der hat sich bereichert. Und ich habe eben beschlossen, mit dem rede ich nie mehr. Habe ich damit jetzt meinem Onkel geschadet oder mir? Jahre später habe ich mich dann mit dem Thema Vergeben auseinandergesetzt und auch mit dem Thema Geben. Es war für mich wichtig, Menschen etwas zu geben, die weniger haben als ich. Menschen, die also meine Hilfe brauchen. Und die höchste Form des Gebens ist zu vergeben. Deswegen steckt das Wort Geben da in Vergeben drin. Es ist aber nicht nur die höchste Form, es ist vielleicht auch die schwierigste. Aber du weißt ja, wenn wir das Schwierigste meistern, dann haben wir selbst den allerhöchsten Gewinn. Mir wurde dann bewusst, ich kann anderen Menschen etwas schenken. Auch denen, die mir und meiner Mutter Böses angetan haben. Und ich habe beschlossen, ich wünsche meinem Onkel im Stillen das Beste. Ich habe ihm gesagt, er hat das so gemacht, wie er das im Moment konnte. Der konnte einfach der Versuchung nicht widerstehen, das Testament zu fälschen. Der war einfach schwach. Seine Gier war größer als seine vorgeschobenen guten Werte. Damit habe ich mich auch nicht entschuldigt. Das ist mir ganz wichtig. Ich hatte aber dann die Kraft, ihm im Stillen das Beste zu wünschen. Und ich habe ihm gewünscht, dass er in Zukunft anders entscheidet und dass er ein gutes Leben hat. Hat sich dadurch die Wut in meinem Herzen aufgelöst? Ganz ehrlich, eine ganze Zeit lang nicht. Aber sie wurde schwächer. Und jedes Mal, wenn ich Wut gespürt habe, habe ich gesagt, ich wünsche dir alles gut. Leise und still, nur so für mich. Ich erzähle dir ganz bewusst so eine krasse, intime Geschichte aus meinem Leben, damit du siehst, es ist wirklich nicht leicht. Aber der Gewinn ist enorm. Und ich glaube auch fest, wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir glücklich und in Frieden leben wollen. Zum Vergeben gehört auch, dass wir uns selbst vergeben. Wenn wir uns selbst sagen, Fehler und Dummheiten gehören auch in meinem Leben dazu. Ich bin auch nicht perfekt und ich werde es auch nie sein. Und wir werden immer wieder Fehler machen. Aber die meisten Fehler haben ja auch einen Sinn. Die sind unsere Lehrer. Sie geben uns Möglichkeit zu lernen. Aber Achtung, lernen können wir nur, wenn wir keinen Groll gegen uns selber hegen und wenn wir uns selber auch verzeihen können. Wir können uns immer das sagen, was ich meinem Onkel gesagt habe. In dem Moment hast du das getan, was du überhaupt nur tun konntest. Vielleicht war es falsch. Und jetzt kannst du auch daraus lernen, ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Entscheidung. Ich wünsche dir alles Gute. Also mach dich nicht selber fertig. Richte dich nicht selber, sondern sag auch zu dir, Hey, du hast es besser nicht hingekriegt, sonst hättest du es ja getan. Aber ich wünsche dir alles Gute und von jetzt ab machst du es besser. Wie ist es mit deinen Eltern? Die haben sicherlich auch Fehler gemacht. Vielleicht haben sie dir sogar sehr wehgetan. Aber meistens nicht in böser Absicht. Und wenn es doch in deinen Augen eindeutig hin und wieder böse Absicht war, dann hilft dir deine Wut auch nicht weiter. Denk dran, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Du willst ja nicht die Macht über dein Leben abgeben. Du willst ja nicht in der Vergangenheit gefangen bleiben. Du willst nicht, dass die Dinge, die dir einmal angetan wurden, wie Gitterstäbe für dein ganzes Leben sind, Gitterstäbe eines Gefängnisses. Wenn du das Gefängnis verlassen willst, wenn du frei sein willst, dann musst du alle Ungerechtigkeiten verzeihen, vergeben. Noch einmal, dafür wünschst du dem anderen einfach nur im Stillen alles Gute. Wenn du denkst, das reicht nicht, dann schreib dem anderen einen Brief. Und dann sagst du, ich vergebe dir. Mehr musst du gar nicht schreiben. Schreib einfach nur einen Brief, ich vergebe dir. Und dann schick den Brief wirklich ab. Vielleicht schreibst du noch einen PS und sagst, vielleicht habe ich dir auch wehgetan und ich bitte dich darum, dass auch du mir vergibst. Man weiß ja nie. Vergib deinem Partner. Vergib deinem Ex-Parten. Erlaube nicht, dass irgendwelche Altlasten dein Herz schwer machen. Ich glaube fest, dass Liebe nicht existieren kann, solange Groll in unserem Herzen ist. Wenn du das Vergeben aufschiebst, schiebst du die Liebe auf. Das ist so, als wenn du sagst, ja, irgendwann liebe ich wieder, aber bis dahin hasse ich. Das ist ein trauriger Gedanke. Das Schönste, was wir erleben können, ist uns zu verlieben. Und ganz tiefe Liebe zu spüren. Das können wir aber nicht, wenn Wut oder gar Hass unser Herz blockieren. Das sind ganz andere Menschen, in denen würden wir uns verlieben wollen und den hassen wir. Aber der Hass auf den blockiert so sehr unser Herz, dass wir den nicht lieben können. Und das wäre so schön, wenn wir es können. Vergib am besten allen Menschen. Wirklich allen, die dir irgendwas Dummes oder sogar etwas Grausames angetan haben. Warum solltest du solchen Menschen verzeihen? Weil es um dein Leben geht. Geht nicht um die anderen, es geht um dich. Es geht um dein Glück, deine Energie, deinen Frieden und deine Freiheit. Es ist mir ganz wichtig, dass du verstehst, was ich sagen will. Es gelingt mir selbst nicht sofort, bedingungslos und mit dem ganzen Herzen zu vergeben. Und dafür klage ich mich aber auch nicht an, sondern ich beginne einfach, indem ich dem anderen alles Gute wünsche. Und jedes Mal, wenn Wut aufkommt, die ich in meinem Leben aber nicht will, dann wünsche ich dem anderen alles Gute. Das hilft immer. Und wenn es ein ernster Fall ist, dann schreibe ich einen Brief. Ich will da nicht diskutieren. Ich will einfach nur, dass der andere weiß, hey, ich gebe dir meine Vergebung und ich wünsche dir alles Gute. Noch etwas ist mir wichtig. All das, was ich heute in dieser Botschaft gesagt habe, ist nicht esoterisch oder gar religiös. Es ist im Grunde genommen sogar egoistisch. Du hilfst dir selbst am meisten, wenn du vergibst. Und du hilfst der Welt. Ich glaube, dass wir die Welt ein bisschen besser machen können, wenn wir nach unseren eigenen Idealen leben. Wenn dein Ideal Friede ist und fließende Energie und Freiheit und Liebe, dann erlaube nicht, dass diese edlen Gefühle von Wut und Hass unterdrückt werden. Für mich ist Oprah Winfrey eine große Persönlichkeit. Oprah wurde in ihrer Jugend immer wieder von nahestehenden Menschen vergewaltigt. Ganz böse Sache über Jahre. Wie willst du sowas vergeben? Wie willst du vergeben, dass dich jemand vergewaltigt hat, der eigentlich auf dich aufpassen sollte? Oprah hat es getan. Und zwar genau nach der Formel, die ich dir jetzt beschrieben habe, indem sie dem anderen einfach alles Gute gewünscht hat. Ist das nicht krass? Oprah fasst das zusammen in einem Satz, der mir ganz, ganz viel bedeutet. Sie sagt, verwandle deine Wunden in Weisheit. Verwandle deine Wunden in Weisheit. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du deine Wunden in Weisheit verwandelst.